Aufgaben nach dem Schuss Nachsuche Verlorensuche Verloren bringen Nachsuche Du hast einen Rehbock beschossen. Er hat gezeichnet, aber flieht. Jetzt benötigst du die feine Nase deines Jagdhundes. Er soll die Wundfährte arbeiten. Die Wundfährte entsteht aus einer Zusammensetzung aus der mechanischen Veränderung des Bodens, den Duftstoffen aus den Schalendrüsen des Stückes selbst und dem Schweiß. Durch die Einwirkung der Schalen wird das Erdreich aufgeworfen und Vegetationsteile und Kleinstlebewesen zerquetscht. Abgestorbene Pflanzenteile und Kleinstlebewesen werden von Bakterien Stück um Stück zersetzt. Wobei es zu einer Feulnisbildung kommt. Dieser Duft wird durch die Zwischenschalendrüsen und Laufbürsten des Rehbocks individualisiert. Der aufgeworfene Boden wird durch die Drüsen mit dem Geruch nach Angst, z.B. durch Adrenalin oder weitere, angereichert. Komplettiert wird das Ganze noch mit dem Geruch nach Schweiß, wenn er denn vorhanden ist. Der Cocktail dieser Gerüche ergibt die Wundfährte. Ist die Nachsuche erfolgreich, benötigt Dein Jagdhund Wild- bzw. Raubwildschärfe. D.h., dass Dein Hund krankes Wild stellt und verbellt oder sogar niederzieht. Wie bildest Du Deinen Hund für die Nachsuche aus? Um die Wundfährte, wie eben beschrieben, zu imitieren, kannst Du z.B. Fährtenschuhe und echten Schweiß in Kombination verwenden. Der Fährtenschuh ist ein Schuh, an dem Du beispielsweise Schalen vom Rehwild einspannen kannst, um so Schalenabdrücke auf der Kunstfährte zu hinterlassen. Den Schweiß kannst Du auf der Strecke hier und da aufsprühen oder tupfen. An manchen Stellen kannst Du etwas mehr Schweiß aufbringen, um ein Wundbett zu simulieren. Am Ende der Wundfährte muss Dein Jagdhund etwas vorfinden, z.B. die Decke eines Rehbockes. Schweißarbeit ist Riemenarbeit. Dein Jagdhund wird dabei immer an Schweißhalsung und Schweißriemen geführt. Die Schweißhalsung ist eine breite Lederhalsung, die nicht einschnürt oder wirkt. Der Schweißriemen ist ein reißfester Riemen mit mindestens 6 m Länge. Mit dem Kommando Such Verwund soll er die Fährte konzentriert und mit tiefer Nase arbeiten und sich nicht verleiten lassen. Erst am letzten Wundbett schneidest Du Deinen Jagdhund zur Hetze, damit er das kranke Stück stellen oder niederziehen kann. Hat Dein Hund die Fährte erfolgreich gearbeitet, sollte er auch belohnt werden. Gib ihm z.B. ein Stückchen vom Aufbruch. Das wird auch als Genossenmachen bezeichnet. So lernt Dein Hund auch, dass er das Stück nicht anschneiden darf. Vorsicht! Gib Deinem Jagdhund niemals rohes Fleisch vom Schwarzwild, da die Gefahr einer Infektion mit der Eujasküchen Krankheit besteht. Gib ihm stattdessen ein Leckerli bei der erfolgreichen Nachsuche auf Schwarzwild. Gib ihm stattdessen! Untertitelung des ZDF, 2020